Willkommen zum nächsten Schritt der industriellen Radartechnologie. Mit dem neuen MR Radarscanner setzt TURC neue Maßstäbe, die weit über herkömmliche Abstandsensorik hinausgeht. Neben den Vorteilen der Radartechnologie, Objekte auch in schwierigen Umgebungsbedingungen zuverlässig erkennen zu können, bietet der Radarscanner nun nicht nur Objektabstände, sondern auch reelle Positionen in Form von Distanz, Winkel und Geschwindigkeitsinformationen. Das eröffnet neue Dimensionen in der 3D-Objekterfassung und Kollisionsvermeidung, egal ob diese Informationen auf einem Forklift, auf einem AGV oder auf einem Mähdrescher benötigt werden. Dank der integrierten IO-Link und J1939-Schnittstelle lassen sich die Radarscanner nahtlos in ihre Systeme integrieren, egal ob in der Intralogistik, in der Fabrikautomation oder auf mobilen Arbeitsmaschinen. Mit dem Radarmonitor innerhalb der TURC Automation Suite können Sie die Sensordaten visualisieren und analysieren. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, die Sensorparameter direkt innerhalb Ihrer Anwendung einzustellen und Machbarkeiten komplett transparent zu diskutieren. Kontaktieren Sie uns noch heute und erlernen Sie mehr über den MR-Radarscanner von TURC. Dankeschön.